So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf CouchTiger29. Ich bin der Sascha und ich habe jetzt hier mal im Schlafzimmer provisorisch alles aufgebaut für dieses Let's Play. Hier ist meine Webcam, hier ist mein Notebook und ja, mein Schlafzimmer. Es ist sozusagen die Schlafzimmer-Edition dieses Videos, dieses Let's Plays. Und ja, es geht jetzt weiter mit dem Shovel Knight. Wir fangen einfach mal an, nee, wir fangen an, wir legen dort los, wo wir aufgehört haben. Und ja, wie wir jetzt sehen, befinden wir uns wieder auf dieser Weltkarte. Was gibt's zu sagen? Ich wollte euch jetzt einmal ganz kurz das Dorf vorstellen. Das ist jetzt also der Level sozusagen, wo wir uns upgraden können, neue Fähigkeiten dazu bekommen können. Und ich hab das schon mal gespielt, denn ich wollte nicht allzu blind sein, um dann nachher, ja, wie verloren im Wald umzustehen und keine Ahnung zu haben, worum es geht. So, dass das Let's Play auch einigermaßen konstruktiv wird. Deswegen, im ersten Video habt ihr ja gesehen, dass man diese Musiknoten, diese Musikblätter einsammeln kann. Und ich wusste da noch gar nicht, weil wofür sind die denn eigentlich gut? Jetzt weiß ich es. Und zwar, ihr seht diesen freudigen Baden hier, der mit seiner Klampfe rumsteht und sich noch im Bauch freut. Das hat nämlich einen Grund. Und zwar liegt das daran, dass man diese Musiknoten und Musikblätter ihm verkaufen kann. Wie wir sehen hier, 500 Gold pro Musikblatt. Und das machen wir einfach mal, das klickt nach einem guten Deal. Denn ich bin nicht musikalisch, also was soll ich mit diesen Blättchen? So, und bla 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 bla. Jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn man das ihm verkauft hat, dass man dann diese Lieder, die man sammelt und diese Melodien dann auf Abruf zu hören bekommt. Ist jetzt aber nicht wirklich interessant irgendwie. Viel interessanter ist der nächste Bildschirm. Und zwar seht ihr zu meiner Linken. Es sieht auf den ersten Blick wie ein Schmied aus. Ich dachte am Anfang, das ist ein Schmied. Aber wenn ihr genau hinguckt, das ist ein Typ, der irgendwie vor einem Kochtopf von Kochtöpfen steht. Das ist ein Gastronom. Es ist ein Wirt. Und zu der rechten seht ihr einen Alchemisten. Oder eine Alchemistin kann man schlecht sehen. Ich glaube, das ist ein Typ. Und ja, beim Wirt bekommen wir, wenn es möglich ist, ein extra Energieleben dazu. Und beim Alchemisten können wir unsere Itemanzeige da im Blau oben, wie ihr seht, aufbessern. Und dieser Ziegenbock hier ist des Rätsels Lösung, das glaube ich gerade eben irgendeine Seite aus einem Buch gegessen hat. Das sah gerade komisch aus. Ja, jedenfalls, dieser lustige Bursche will ein Mealticket. Ich glaube, das bedeutet Essensgutschein oder so. Und wenn man ihm einen Essensgutschein, ähm, ja, abkauft oder so, dann, ähm, ja, ich habe jetzt leider nicht genügend Gold. Dann kann man dementsprechend diesen Essensgutschein dem Wirt geben. Und der Wirt zaubert dann ein bestimmtes Essen zurecht für uns. Und das wird uns dann dauerhaft ein zusätzliches Leben, ja, geben. Ein Leben geben, reint sich fast. So, und, äh, ja, geht's mal weiter. Hier so ein paar unwichtigere, ähm, Nebencharaktere. Und wenn ihr dann hier zu der linken, ähm, durchgeht, dann gibt es ein Minispiel. So, bei dieser Dame kann man nämlich dann ein Minispiel anleiern. 100 Gold ist, äh, sozusagen das, was man investieren muss. Und ich habe beim ersten Mal schon 186 Punkte bei diesem Minispiel erreicht. Ist ganz gut. Gucken wir mal einfach, ob ich das jetzt mal schnell noch toppen kann. Ich weiß es nicht, aber schauen wir mal. Und, ähm, beim ersten Mal habe ich auch Gold bekommen. Ah! Als Belohnung und eine Musiknote. Und vielleicht, äh, kriege ich jetzt auch nur ein bisschen Gold, dass ich euch dann zum Beispiel zeigen kann, was dieses, ähm, dieser Essensgutschein bewirkt. So, dass wir dieses Level mit einem weiteren Leben verlassen. So, äh, dieses Minispiel, ja, wie ihr seht, ich muss hier irgendwelche Kanülen, ähm, gegen diese, ja, leuchtenden, sich bewegenden Dinger pfeffern. Und dementsprechend, äh, ist da mein Highscore zu sehen. Jetzt bin ich bei 86. Ah, man, 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 ich hoffe, das geht hier noch ein bisschen weiter. Ich habe gesagt, ich spiele eine Tastatur, das heißt, es ist nicht alles so easy. Ich glaube nicht, dass das noch reicht, äh, um den Highscore zu knacken. Aber ich versuche mal einfach mein Bestes. Ah, nein, nicht ganz hingehauen. 161, mal gucken, kriege ich zumindest, ja, ich kriege zumindest eine kleine Belohnung. Und, äh, wie wir sehen, das reicht, denn 4.500 Gold kostet dieses, äh, dieser Essensgutschein oder so. Ich weiß nicht, ob ich das gut, ähm, übersetze. Also, ich hoffe mal. Essensgutschein. So, hier sind nochmal drei Charaktere. Ähm, was habe ich bei dem gekauft? Genau, dieser, äh, Typ, der verkauft sich Gefäße. Und in diesen Gefäßen kann man, äh, also wenn ihr Zelda kennt zum Beispiel, kann man Dinge reinfüllen. Irgendwelche Tränke und sonstigen Klimbim. Also, es ist so ein bisschen bei Zelda die Flaschen. Und, äh, nein, die will ich natürlich jetzt nicht kaufen. Und bei dem Typen kann man sich auch noch so zwei Sachen kaufen. Zum Beispiel habe ich bei ihm, äh, die Angelrute gekauft. Und, äh, die Angelrute werdet ihr auch noch gleich in Aktion entgegen. So, dieser Frosch, weiß ich nicht, ist mir jetzt auch Wurst. Ich will ja nicht zu lange in diesem Level rumhängen, weil es ja auch nur sozusagen ein Dorf-Level ist. Wenn man das so bezeichnen kann. Viel wichtiger ist jetzt hier dieser, ähm, Bildschirm. So, und jetzt kaufen wir mal diesen Ziegengock hier, ähm, seinen, äh, Essensgutschein. Zack. So, und jetzt seht ihr schon da oben, da freut sich jemand. Und zwar ist das der Wirt. Und wenn er sich jetzt hier so freut, hat das auch einen Grund. Weil er sagt hier, oh, einen Essensgutschein. Gib mir das. Und, ähm, du wirst mein bestes Rezept bekommen. Zack. So, und jetzt wuselt er da rum in der Küche. Und, wie wir sehen, serviert er uns etwas auf dem Gold-Tablett. Nicht nur auf dem Silber-Tablett, sondern auf dem Gold-Tablett. Und zack. Dieses Sandwich. Tschuk. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Da oben gibt es jetzt ein weiteres Leben. So, und irgendwas müssen wir dem Alchemisten dann, äh, von Zeit zu Zeit bringen, dass wir dann dementsprechend auch unsere Magie-Kraftanzeige, wie auch immer, auffüllen können. Ist jetzt aber nicht so wichtig. So, hier sind noch so ein paar weitere NPCs. Aber ich will mich jetzt auch gar nicht lange aufhalten. Möchte euch jetzt hier noch was zeigen. Achso, da oben seht ihr, da hab ich schon eine Musiknote gefunden und eine Truhe geöffnet. Und, äh, diese Frau, hier mit den Wasserkrügen und so, die müssen wir jetzt wohl als Sprungbrett nehmen. Ja, jetzt, ähm, die hat es jetzt ein bisschen schwer. Zack. Deswegen hüpfen wir wieder von ihren Schultern. Und, äh, ja, wenn ihr die benutzt als Sprungbrett, kommt ihr da oben auf, auf das Haus. Könnt dann die Truhe öffnen und die Musiknote da euch einsacken. Und die natürlich dann wieder verkaufen. So, jetzt haben wir mal diesen Dorflevel hier hinter uns gelassen. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz den Trouble Pond Level. Und, äh, da findet ihr nämlich so einen großen Fisch, der so eine kleine Krone auf hat. Und, äh, ja, was gibt's dazu zu sagen? Ganz kurz. Der, warte mal. So, der bietet nämlich die, ähm, wie nennt man das? Die Elixierer, an die ihr in das Gefäß, was ihr eben gekauft habt, äh, reinfüllen könnt. Das heißt, zum einen gibt es drei Möglichkeiten. Einmal, dass, äh, dieses Elixier unsere Gesundheit und Kraft und Magieanzeige wieder auffüllt. Dann, ähm, dass wir unsichtbar werden und, oder, nee, nicht unsichtbar. Äh, unbesiegbar und unverwundbar für zumindest zehn Sekunden. Und zuletzt dann, dass, äh, diese, dieses Elixier dann alle naheliegenden Schätze für uns absorbiert. Ich hab das noch nicht ausprobiert, also weiß nicht, wie das aussieht. Aber, ja, für 60 Sekunden werden dann die Schätze irgendwie, ähm, ja, absorbiert irgendwie. So, dann hab ich jetzt hier nochmal ganz kurz aus dem Inventar die Angelrute gezückt. Hier haben wir einmal das Gefäß, hier die Angelrute. Und wenn ihr dann nämlich die Aktionstaste drückt und vorher nach oben drückt, nee, warte mal, ja, zack, dann, äh, ja, fährt er die Angelrute auf, aus, immer da, wo Wasser ist. Und wenn jetzt das Ausrufezeichen über seinem Kopf kommt, zack, dann könnt ihr nach oben, äh, klicken und dann bekommt ihr, ja, hier, äh, einen Apfel für unsere Lebensanzeige. Äh, manchmal auch Fische und, ja, ich glaub, die kann man dann auch verkaufen oder als Leben benutzen. Ähm, ja, soviel dazu, ne? Also Angelrute immer schon einsetzen, wo Wasser ist. Und das war's jetzt auch, glaub ich. Ich werd mal ganz kurz anfangen, euch das zweite Level zu zeigen, ähm, damit ihr zumindest ein bisschen Schaufel-Action gesehen habt. So, und, äh, ja, es ist furchtbar hier immer zu sabbeln und gleichzeitig auch irgendwas zu zeigen, ja. Da muss ich erst nochmal reinkommen. Jetzt, äh, geht's erstmal weiter hier mit dem Level. Und ich hoffe, dass euch diese Let's Plays Spaß machen. Wie gesagt, ich versuch auch, ups, na, Pferdchen, so, aber nicht. Ich versuch immer noch herauszufinden, noch was ich denn hier auf diesem Kanal längerfristig hier euch auch zeigen kann. Weil das macht schon Spaß, so einen YouTube-Kanal, ne? Und, äh, gerade so als Hobby, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie, ja, auch längerfristig weiter zu, äh, führen. Und, ach, das ruckelt jetzt hier so ein bisschen. Ich glaub, auch, weil ich die Kamera laufen hab. Naja, jedenfalls, ähm, ja, sagt mir doch, wie ihr das findet, wenn ich hier solche Let's Plays mache. Und, äh, ja, dementsprechend richte ich mich auch danach so ein bisschen. Ihr könnt ja auch selber dran, äh, teilnehmen. Ach, diese Tiere, seht ihr diese Propeller-Ratten? Das sind auch lustige, lustige Viecher. Ähm, jedenfalls gebt mir euer Feedback, wie ihr das findet, ähm, und vor allem, was ihr denn meint, was auch in Zukunft hier laufen könnte. Auf diesem Kanal, da bin ich natürlich auch immer mit einem oder sogar mit beiden Ohren offen. Für Ideen, Kritik und Vorschläge. Und hör mir alles erstmal ab. So, zack. Also eigentlich mit dem Let's Play, da hab ich mal gesagt. Nee, also auf keinen Fall. Ich mach nie so den Let's Play, das ist affig. Ähm, und ich glaub, die meisten machen auch nur Let's Plays, weil das einfach Klicks bringt. Und natürlich, wenn das Klicks bringt, ist ja nichts dagegen einzugenden. Und hier war das bei diesem Teil mal wirklich, weil ich, ähm, ja, ein Retro-Ratten. Wenn ich mal was spiele, dann spiele ich gerne so 2D Adventure und Jump'n'Runs. Und dann dachte ich mir, hey, das Spiel hab ich mir geholt. Und, äh, ja, ich suche auch nach weiteren Videomöglichkeiten für meinen Kanal. Also, warum nicht? Warum nicht, ne? Und, ja, gebt mir einfach euer Feedback. So, jetzt bin ich aber... Die sind auch kniffligere Gegner. So, am besten man wartet, bis sie ihren Angriff dann vollführen wollen. Zack! Und dann springt man denen ins Gesicht. Die sind auch ganz schön hartnäckig. Also, die brauchen ordentlich Schaufel, bis sie mal, ja, vom Fenster geputzt sind. So, mal gucken, ob ich hier raufkomme. Oh, Mann! Ja, es ist halt irgendwie... Es ruckelt ein bisschen und ist auch nicht ganz so einfach mit der Festruktur. Versuchen wir mal, ob es jetzt klappt. Das ist ja das Gute, dass die Gegner immer direkt respawnen. So, dass man dann, wenn man mal irgendeinen Sprung verpasst, wo man Gegner zu braucht wird, einfach aus dem Bild latscht und, ja, dann hat man die Möglichkeit, das normal zu versuchen. Ich hoffe, das kommt bei euch nicht ganz so ruckelig rüber wie bei mir. Oh, Mann! Das ist ja echt gut! Und, ja, es ist der zweite Level und ich habe insgesamt, glaube ich, drei Level gespielt. Und ich muss sagen, der Schwierigkeiten des Graf ist merkbar, ja, er steigert sich merklich. Und, ah! Und ich bin mal gespannt, wie das, ja, im weiteren Verlauf des Spiels sich noch entwickelt. Hier habt ihr so eine Art versteckte Geheimdrehtür, obwohl so geheim ist die nicht. Und wenn wir hier durchgehen, dann sehen wir da oben eine schweitere Schatztruhe. Mal gucken, was ich hier drin befinde. Zack, zack, zack! Wow! Oh, okay. Also da haben wir doch diesen, diesen Händler, der sich dann in dieser Drohe versteckt hat. Mal gucken, was wir hier finden können. Warte mal, also Feuer, irgendwas, Feuer, wie nennt man das? Feuer, Feuerdings. Also ich glaube, damit kann man dann, ja, damit kann man irgendwie Feuer, Feuerbälle verschließen. Okay. Und dazu gucken wir mal ganz kurz, wie das aussieht. Oh, okay. Megaman, also, aber macht mir Spaß. Also ich bin, ich habe ja auch gerne Megaman gespielt. Und deswegen alles kein Ding. So, versuchen wir mal, ob wir hier auch so, zack, 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 ein bisschen wegballern können hier mit unseren neu gewonnenen, gewonnenen Fähigkeiten. Aber ich kann mir ganz durcheinander mit meiner Grammatik, ich hoffe, das stört euch nicht, ja, manchmal ist mein Deutsch nicht allzu rund. Und das liegt aber auch vor allen Dingen daran, ich hoffe, das ist, ey, not so laut. Ich muss hier ein bisschen für Ordnung sorgen, denn hier sind Leute nebenan. Und ich lebe hier in Amerika, das heißt, meine Hauptsprache momentan ist Englisch. Ich spreche eigentlich den ganzen Tag mit Englisch, deswegen, ja, wundert euch nicht, wenn mein, ähm, jetzt komme ich da, ach, ich komme hier hoch. Ja, wenn mein Deutsch nicht so perfekt ist, hier und dort. Aber geht's schlimmer, das, ne? So, okay, weiter geht's. Wenn man noch ein geheimes Ausschalten... Ah, ja, was gibt's sonst zu sagen zu dem Spiel? Also, ich muss wirklich sagen, dass dieses Spiel mit positiv überrascht. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr zum Beispiel nicht mit diesen, äh, ja, Spielen aufgewachsen seid. So alte 8-Bit-Klassiker, aber für mich ist das also wirklich so ein Nostalgiefest pur, sag ich mal. Ach, Mann. Hey, komm! Oh, Mann, ey, gleich bin ich hier getogen. Piu, okay, nochmal drauf angekommen. Nee, also, also mir macht es absolut Spaß und, ähm, also, natürlich Nostalgie-Faktor spielt diese Schlappen, ey, keine Klammer, spielt Nostalgie-Faktor natürlich eine Rolle, ähm, ne? Also, wenn man jetzt irgendwie mit neueren Generationen irgendwie aufgewachsen ist, also mit neueren Spielen der neuen High-Dev-Generation, dann kann man da vielleicht nicht mit so viel anfangen, aber also, was Grafik-Sound-Gate-Play angeht, ist das für mich natürlich, ähm, total der Flash, so zurück in die Vergangenheit, meine Kindheit und, äh, ja, viel Spaß. So, haben wir hier wieder so einen Geheimgang freigeschaltet und uns noch so ein paar Münzen, naja, Edelsteine zurecht gewuselt. Hier oben ist auch nochmal was. Ja, haltet immer die Augen offen, also, hier gibt's doch relativ viel zu finden und, ähm, wie ihr gesehen habt, das, äh, Gold, das ist auch gut angelegt. Fertig hier. Zack. Denn es gibt einiges, äh, zum Upgraden und dementsprechend, ah ne, dementsprechend ist es immer gut, ohne Gold-Vorrat auf Lager zu haben. So, zack. Denn natürlich werden die, äh, gesunden, ja, die Essensdutscheine und so weiter immer teurer und, äh, dementsprechend braucht man auch immer mehr von diesen Ressourcen. So, ah, okay, hier irgendwie Heimatgang. So, ah, okay. Ich versuch jetzt mich immer so ein bisschen schnell durchzuwurschteln durch dieses Level, dass es auch nicht allzu lang wird. Denn ich glaub, das sind jetzt auch schon über 20 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Ähm, deswegen werde ich jetzt auch teilweise nicht alles einsammeln, na, beim nächsten Video, äh, geht's dann wieder rein um die Level und, äh, dann, ja, kann man auf jeden Fall ein ganzes Level durchspielen. So, dieses Buch aktiviert irgendwie, dass man dann weitere Seiten hier irgendwie hat, die ganz kurz angezeigt werden. Und jetzt, äh, ah, ah, jaja, jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren, ja? Oh, nein, oh, oh, man, ey, gerade noch mal so geschafft. So ein Leben hab ich noch, und jetzt hoffe ich, dass ich jetzt hier nicht, äh, totgehe, denn ich glaube, gleich müsste auch der Endboss kommen, des Levels. Und da brauch ich natürlich alle Leben, denn die sind ordentlich knackig. Und auch die Endbosse, ähm, ja, sind einfach total, äh, ja, angelehnt an Megaman irgendwie. Also, wer Megaman mag, der wird dieses Spiel wahrscheinlich auch, äh, irgendwie. Ah, kommen wir zu. Oh, Mann, ey. Das Gute ist, dass diese Gegner, also, sorry, wenn ich irgendwie schlecht spiele, aber mit der Tastatur ist das echt nicht so easy. Will mich jetzt aber auch nicht dafür entschuldigen. Ähm, so, das Gute ist, dass diese Gegner immer auch so einen dicken Truthahn fallen lassen, und der füllt immer deine Energiezeige völlig auf. So, das ist, äh, das Gute, weil ansonsten, ähm, hast du da wirklich arg zu kämpfen mit denen manchmal. So, King Knight, dem steht mir jetzt gegenüber, bla 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 bla, so, und ich hoffe, dass ich den jetzt beim ersten Durchlauf auch für euch fertig mache. Ich werde mal gleich, äh, ich werde gleich mal versuchen, mir das hier, diesen Feuerball dann gegen ihn einzusetzen. Zack, 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 zack. Ja. Oh, okay. Okay, so, dieses Konfetti, da müsst ihr euch, äh, ja, vorsehen, denn das macht euch fertig. Aber, ja, ich hab ihn geschafft, äh, das Konfetti macht euch fertig. Ja, ähm, ich hab's geschafft, äh, und wie ihr merkt, ich, äh, gleichzeitig reden und spielen ist so nicht so meine Stärke, ich gebe aber mein Bestes. Und es hat gereicht, zumindest für den zweiten Endboss. Wir haben ihn erfolgreich fertig gemacht. Okay, die Intelligenz war jetzt auch nicht so herausragend bei ihm, der blieb irgendwie am Ende eigentlich nur stehen. Äh, jedenfalls haben wir es geschafft und jetzt haben wir wieder eine weitere Traumsequenz und, äh, ja, mal gucken, äh, was uns jetzt bevorsteht. Ähm, nichts. Ja, nix. Das ist ja komisch. Ähm, denn ich weiß, dass, äh, in dem anderen Level, wo ich gespielt hab, gab's so ein kleines Minispiel in der Traumsequenz. Da musste man so ein paar Gegner wegschnetzeln mit der Schaufel und dann am Ende noch versuchen, äh, Shield Knight aufzufangen. Und, äh, ja, vielleicht, ähm, kommt das dann beim nächsten Level auf uns zu. Jedenfalls soweit, äh, soll's erstmal gut sein. Ähm, ähm, ah, das zeige ich euch auch noch ganz schnell. Ähm, jedenfalls, wir haben jetzt im zweiten Level erfolgreich bestanden. Und hier seht ihr, guck mal nach links, da seht ihr beim ersten Level jetzt so einen Ritter. Und das bedeutet, dass, ähm, jetzt, ähm, ja, so ein kleiner Zufallslevel generiert wurde, wo man nochmal so ein paar Gegner, äh, fertig machen kann und ein bisschen Gold einsacken kann. Und das erinnert mich auch ganz arg an Super Mario Bros, ähm, den dritten Teil. Super Mario Bros, ähm, da gab's ja auch mal so diese, diese, ähm, zufälligen, äh, Ereignisse auf der Weltkarte. Und, äh, ja, wie gesagt, also auch, äh, Super Mario Bros hat da bei diesem Spiel so seine, wie nennt man das? Seine Ähnlichkeiten. So, das soll's jetzt aber auch gewesen sein. Ich, äh, bin auch ein bisschen durcheinander. Hier wird nämlich rumgebrüllt. Ich hoffe, das habt ihr nicht so mitbekommen. Äh, das gibt gleich noch ein bisschen Ärger. Kleiner Spaß. Und, so, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr diese Art von Videos findet. Ich muss mich doch erstmal reinfummeln. Wie gesagt, reden und spielen ist irgendwie auch nicht so meine Stärke. Ähm, wird vielleicht aber noch eine Stärke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, äh, ja. Ne? Couchtiger29 sagt erstmal Tschüss, Sayonara und bis zum nächsten Mal. Und, ja, ich würde mich über ein Abo freuen und natürlich auch über Likes und, äh, natürlich Kommentar. Also, ciao, euer Sascha. Ciao, euer Sascha.